so und heute wieder und zum nächsten Spieltag gegen den FD Braunschweig wieder gegen Braunschweig schön eine reinausmusik die Fäden immer noch auch immer sieben und 20. Spieltag das schon fast alles entschieden scheint das Hannover aufsteigt wir müssen also noch in der Reaktion kämpfen aber es wäre schön wenn wir uns heute nach der Hinrunde wo wir gegen Braunschweig hatten wir auch 1 0 verloren uns rächen könnten Husay spielt den Ball flach in den Straufen aber der Schuss von Franke ist zu unplatziert, Tilling ist auf den Posten und greift sicher zu nein es wäre schön wenn wir uns ähnliche resolvieren können und den Gegner zeigen können das war nur eine Ausnahme komik ist mit einer amal und rein voll von dem Werk der nicht einfachste und teilt das und schrieb auch deutlich mit der zückt darauf geht für den Braunschweiger und wir sitzen wie es scheint mal wieder auf der Bank können was einsprechen erster Eckball für die Hausherrin nur bringt die Kugel von der rechten Seite hinein Braunschweig bringt den Ball nicht richtig weg Niederflang schafft es aufs Tor doch äh Christian Messner ist doch diese Kopfball verfehlt das Tor nur knapp nix nächster Eckball diesmal von der linken Seite Nick Franke geht erschlossen über ein Gegner erreicht diesen Ford mehr der per Flugkopfball kann also eine Ecke von Nuri klären nicht schön BV Klopp spielt hier die Pässe bevorzugt kurz nix klar wenn ich schlank einstelle spielen sie sie immer kurz an der Auslieder bringt Tim Hofer und Philipp Stücki zu Fall und sieht dafür die gelbe Karte nix klar die Abstöße von Tillingen haben heute die Streuung wie eine Schrotflinte ich sag mal ruhig Jungs ruhig 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 Usai trockfelt sich alleine vor Tilling auf doch statt zu schießen schlägt der junge Mittelfeld noch ein Haar und vertämmert so die Chance hätte auch schiefgehen können wir haben es ja schon mal anders gesehen oder nicht weiß ich gar nicht dass er sich auf den überlegt auf den anderen Fuß legt und dann locker einschiebt wo wir machen wir spiel auf werden und flankt schön hoch von links Tim Hofer kommt als erster an der Ball und zielt aufs kurze Eck das macht der Torhüter Daniel Reck aber zu und lenkt das der zu Ecke Superaktion von Daniel Reck denn Eckball von rechts Kiste kommt nach der Ecke zum Kopf und setzen Ball aber neben das Tor das kann er ja der Holländer Exaktion wieder bringt in den Strafraum ein und anstatt für Power aufzulegen spielt er sehr ruhig auszieht Stefan rettet auf der Linie und schießt Fabian Krüger an Eigentor so kann es auch gehen Eigentor durch Fabian Krüger der da ausgetanzt wird und dann Stefan hier rettet auf der Linie und schießt dann an gelbrode Karte da beschwert er sich das sollte er nicht tun das ist nicht der der auch vorher wegen meckerns genau genau dieselbe Aktion und meckert dann schon wieder ja so macht man das Taktik Team Vergleich durch die Mitte Mitte und links genau auf jeden Fall Mitte und links da können wir jetzt durch wir verpasst auf bei Kark doch dieser steht im Abseits Konzentration nochmal rin schmeißen hier ist pünktlich Schluss die erste Halbzeit ist vorbei nach der Woche müssen die Bauer dem Einzelrückstand hinterherlaufen aber natürlich dürfen sie nicht zu früh aufmachen um nicht der BVB auszukündet zu werden ein Treffer könnte die Partie schon entscheiden so loben motivieren Teeling motivieren Werke motivieren und den nur wie heute mal heute kein gutes Spiel kann man auch passieren Halbzeit die werden das nicht mehr verlieren und ich bringe nochmal den Philipp zweite Halbzeit startet Spiel ist BV Club sind jetzt voll konzentriert so Spiele aufwärmen heute will eigentlich ja Gummistiefel als Fußbarschuh angebracht die Bedingungen sind nicht mehr ganz regulär Jo wir bringen heute wir bringen wieder auf den Philipp er schießt heute wieder sein Tor Tim Werke heute nicht heute soll es nicht sein mit dem Moritz steigen den bringen wir heute auch für den Hofmann aber Bronschelkart erstmal eine Aktion Bräunig schlägt den Ball Oswald hoch in den Strafraum Stücke liegt da etwas ungenau zu Dominik Fankt der den trotzdem aufs Tor bringt aber Tink auf irgendeine gute Parade zu zwingt Jo jetzt haben wir eine Chance haben wir auf den Flügel entkommen kommt die Ball an der Ecke fahren und kontrolliert wie der Strafraum lässt Fahrer in Krüger aussteigen und will schießen aber der Heide gewünscht sich Helder auf die Ball und vereidet die 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 er kann es einfach dann wieder eine gute Note Jo so jetzt kommt der Moritz Wein für die dem Hofmann Gelb-Rot das will ich nicht Klattrot das gefällt mir eher Moritz Stein könnte jetzt ein bisschen motiviert sein nach der Vertragsverlängerung wir könnten vielleicht ein Easten holen das wäre auch schön Jo ich würde mal sagen heute bringen wir keinen mehr gelbe Karte vor Okan Wiesal Braunschweig jetzt nochmal eine Möglichkeit Stucki mit einem Gefährdicht zu viel auf Dominik Franke der Rückkehr gespielt noch Richtung Tor bringt Hiling jedoch da und kann retten X hat mal mehr Einsatz so wie man jetzt der Möglichkeit Ecke von links von Nori die vierte im Spiel von Kler spielt das Leder aber sofort wieder hoch hinein gleich zwei eben jetzt abseits auf und Mila hat kann unbedrängt ein Torhüter Daniel ist Steakstower auf seine Vorderleute man kann bis auf der Tribüne hören schön schön 2 0 durch Mila und Kosenkov die Außenbahnen haben sich jetzt Ende der Saison nochmal echt gesteigert hätte ich nicht gedacht letztes Spiel wieder ein Tor wieder eine Vorlage von Kosenkov die fünfte das ist schön das ist schön so jetzt nochmal Konzentration der Philbott mit nur 4 jo wenn da aber vor nichts los ist ja ich sag nochmal geht nochmal drauf kurz vor der Termine 3 Minuten werden nochmal nachgespielt statt Tistik können wir uns ja mal angucken bei Besitz 58 in der zweiten 62 Schlusspfiff die gewinnen das Spiel 2 0 mal wieder zu 0 Torhüter Daniel verletzt trotz guter Leistung angeschlagenen Platz die Form seiner Vorderleute reicht heute nicht aus um die Angreifer das BV Kloppen in den Schach zu halten in den Schranken zu weisen Oh! Moritz steigen eine Note 2 also er spielt sie nochmal rein Mila mit dem Tor und Paul Kosenkov mit der Vorlage das erste war ja ein Eigentor aber auch schön von wir waren das Kosenkov durchgestartet Daniel Reck wieder ein super Spiel gemacht wenn es die Vorderleute verbocken die rot-gelb-rote Karte war unnötig 2 bei wegen Meckerns wenn man so blöd ist sich zweimal aufzuregen ist es die eigene Schuld muss der Trainer was machen das ist die Disziplin wenn man die nicht hat dann gucken wir uns das Zuschauer 932 und 36 Braunschweiger 4 Schüsse 3 aufs Tor 1er vorbei und 6 Chancen 4 Ecken wieder mal der Gegner heute keine einzige so Nordstedt gewinnt heute mal gegen Lübe SKA Hansa also die wechseln sich hier ab Neumünster Ornbrook gewinnt gegen Meppen V Neumünster unentschieden gegen Hasel wir gewinnen 2-0 Hannover gewinnt das Rivalen Derby das Erzrivalen Derby gegen Braunschweig Pauli gewinnt gegen Goslar Meusburg gewinnt 1-0 gegen Hamburg da haben wir die Hamburger 3 Punkte hinter uns Lübeck gewinnt gegen ETSV Weiche deswegen können sie nicht wegziehen und reden verliert mal gegen Bremen die hatten echt guten Lauf Lübeck Nordstedt und wenn Weiche echt nur Probleme kriegt das wärs ja wir gucken mal wer die Tore geschossen hat ach man ey heute hat wieder der Julian gespielt 3,58 die haben immer nicht so viele Spieler ach so holen sie immer aus der Jugendmannschaft das ist es können wir mal in die Region im Nordost gucken BFC auf der neuen Neustrelitz Jena ein zweier Duell wenn ich wenn Jena von Babelsberg oder Nordhausen oder Berliner Kartenrichtue Siegesserie könnten sie da noch rankommen Regionalliga West Schalke ja die müssen aufpassen sind nur 8 Punkte vor Rot-Weiß Essen und TSV Arminia Aachen Aachen muss eigentlich in der in der zweiten oder in der dritten spielen Traditions Club Kickers Offenbach Freiburg 2 die hatten ja dieses die sind ja werden eigentlich Aufstieg haben es aber abgelehnt weil sie noch in der vierten Liga bleiben wollten kann man auch mal Kickers Offenbach Mannheim Saarbrücken und Elversberg ja das ist knapp und Tos Club Tos Copeland Sagen wir noch nicht unterschätzen die haben eine Siegesserie das wird ja unregional Bayern hochhausen will mitspielen heute aber nur mit unentschieden schade schade dritte liga cottbus biedefeld und da die zweitmannschaften ja nicht zählen ist da der dritte von hier duisburg osnabrück wehen hansarostock bis dresden könnte könnte man es schaffen hier rettet sich raus von 16 auf 13 bergis mannschaft stuttgarter kickers die war noch eigentlich auch abgeschlagen wie sich auch noch mal auszuräten und dann kommen wir in der zweiten liga mb gewinnt 4 3 gegen nürnberg lang dreiein wohnen kars t sehr möglichkeit auch stark wie braunschweig darmstadt mit unentschieden und gleich mal auf platz zwölf samt paul wie möglichkeit auch da weit unten erzgebäude sandhausen und heidenheim die kämpfen um den 16 platz die bundesliga bayern dominiert leberkusen dortmund und schalke kämpfen um die champions league und hannover und klapper sind eigentlich gesichert vor stuttgart und wolfsburg und die tsg und köln und frankfurt bremen mit unentschieden gegen mainz hätten sie mal gewinnen sollen ich glaubt die steiger bei der ab freiburg heute verloren in köln jodet kann sein der diese tag die schottische liga er erzählt die kanz locker ich guck mal wegen dem baumahne romana tore schießen keine kriegen in fällen aus klombokne der unbedingte will ein tor erzielen zu wollen hat gefehlt und bei den gegentoren müssen wir einfach besser verteidigen der bv club hat die individuelle klasse das nutzen gerade wollte nicht zu uns bei den jungen meier was sie an heidel hier ist der nah keiner von uns und 3,09 kann man kennt man besser von uns er hatte auch nur ein antwort schossen man zu überlegt fair play und der nur der miniativen der mod steigt man ja aber die verdammt die denn die tsv war ich nicht verloren 3 1 ist klar hat man eine super note der kosler haben das grundstück fertig gebracht seit mittlerweile fünf spieltagen auf platz 8 zu verweilen das erste der erste gegen den zweiten machen wir auch im text muss weil ich glaube wir kommen da nicht mehr ran deswegen müssen wir uns da nicht extra angucken ja schade aber so ist es das nehmen angekündigt zu lieben sie ist prämen die johle siebenhundert und neunzig die johle schon und so und die immer freikarten und kettbilden hoch au er gibt uns 3.000 euro netter mensch du kannst mein verein retten Sponsoren du kannst es schaffen du bist es so den neuen durch die jungs machen wir weiter mal sehen ob der mann aus island es annimmt oder nicht die vor kloppen hat interesse an Adli wieder Birnson bisher scheint alles möglich Sponsoren bezahlen Siegprämie das wäre doch was schön so so einfach so ausländischer Takt in der Mannschaft lehnt Wechsel ab na schön du Arsch redet man von außen hier Sporteiliger Maxfarm informiert sich darüber dass und für sein Wechsel zu ihrem Verein zurückgewiesen hat sein Berater hätte gemeldet ja trotzdem halten wir dem einen Kontakt wenn der Kämpferentag hat ja nur noch mal 3 zuermarkt nur die beste Position war doch dieser neue hat wohl verlängert wird 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 neun Jahre ein halbes Jahr ausgeliehen Bielefeld ausgeliehen Bayern zückt Galater eine für sich wir nun tun ist lautern dies vor 80 60 münchen 37 spiele 20 tore wo marcel kunstmann osnabrück h 77 auch so ein schöner ersatz publikumsliebungen pro zone links und rechts kann er abschießen wo war der denn schon überall also nicht einmal in der ersten liga hat auch schon 13 tore geschossen und dann gucken wir mal links aus Daniel Wild rechts außen Manuel Raps noch mal probieren ich könnte jetzt mehr Geld anbieten warte mal ins Blickfeld aufnehmen für Lickfeld muss er denn da ich will nicht in mein Team haben ist natürlich ein Pluspunkt dass sie schon in der Vergangenheit mit denen beschäftigt haben super das ist eine Stammspielergarantie wird nächstes Jahr verstärkt Auflaufprämie 300 im Blickfeld Zentralbes Mittelfeld Linkes Mittelfeld einfach mal gucken Marse Schuck Schuck reichs markt groß ja keine starken der defensiv ist immer kompletten verteidiger nochmal Mike Baumann haben wir eigentlich jetzt die rechtsverteidiger brauchen wir eigentlich anderer Satz linksverteidiger Steffen Neumann Cary Murphy Schottel oh, oh, was so einen halben Schotten zu haben Steffen Neumann seit 2003 bei Magdeburg ja, ist ja klar, dass der feinst treu ist, flexibel ist er auch wo war er überall? den hab ich jetzt nicht mitgekriegt Würzberger Kickers Waldhof Groß Kay nochmal ein Torwart David Buchholz hier haben wir mal so einen Sprengler gehabt oh, da müssen wir in die Nachricht gucken auf Transferliste auf Transferliste steht nichts drin Verträge, Transfers Lapsam Lapsam vereint ok, da steht nichts mehr drin ne, ach komm sieben Wochen dann holen wir mal die Jugendmannschaft so Kalender nochmal gucken 1, 2, 3, 4 die letzten sieben Spiele Abschlussfeier natürlich ja, dann machen wir mal da unsere Spielauszeichnung so oh, Gerdes kann wieder spielen ja, aber der Oldhof der hat ja grad ne super Form man hat denn hier Tim Pascual ja, der hat aber genau die selbe Form Tim Werdke machen wir weiter Bisher scheint alles möglich Horst Rauf verlängert seinen Vertrag Senkrecht startet der Saison Niemeyer, Tim Pascual Julian Buda der kam von Frankfurt der Küssig ja, vom SSV auch Sasser Steinfeld ah, wächst hier zu Hansa Mensch, ey, Wommel, den ich folgt Mike bis 2015 schade, schade, Wommelade jo, Hannover gegen den erster gegen zweiter top-spiel steht an ein spitzen Spiel steht an jo, jo, jo rolle, warum so ungelesene Nachrichten ja, Mann, ey nicht interessiert verlängert sein bleibt sein vor allem treu kick ist auch mal im Interesse wenn wir jetzt einige dem Blick fällt stefan keelig realistische maße kunstmann dann können wir jetzt mit ihnen hier verhandeln ja, ja links und rechts außen ich mach aus dir ein Nationalspieler Option 2 Option 2 Gehaltsabstieg das ablöserfrei Auflaufpräme 200 ja, mach mal 300 wie könnte man dann runter dann sind hier die 35 eigentlich mal ausreichend 15.000 hat Geld ist er hier ja, ja, ja Stefan Neumann er hat ja jetzt seinen Vertrag vereinen können wir aus dem Blickfeld nehmen ja, der müsste eigentlich 150 haben das ist nicht so gut, also hat seine Klassen aber, ja bei Bayern natürlich gehen wir mal an den Team, den haben wir noch mal hin schnell die Gespräche Philipp, du hast gut trainiert will dir nochmal ein Angebot machen erwartet spannend nichts ich möchte dich eigentlich überhalten machen wir das mal hier und machen wir das mal gleich hier warte da was war der zweite da schnelles Angebot jo alle Zahlungen erhöhen sich um 10% aktuell mal mal so das gegen das hier kann man noch ok man kann es ja mal probieren ich kenne es nicht nein nein Lego ja nicht mehr Vertragsverlängerung hinzufügen Option 2 Jahre nächster Anteil verkauft 10% Motorprämie 1000er 50.000 Angebot letztes Wort mal sehen was er dazu sagt immer weiter durch hier andere oben ok Rundhof das gute hier Siegfried schon Milat Okusenkow Andreas Moritz Steiten ein super letztes Spiel und Nuri Team Team Hierarchie Aufgaben Kapitän natürlich der Paul Freistöße mal eine Eckbälle Ecke von links Stehen links mit den rechten Fuß kommt rechts raus machen wir mal so dass wir ein bisschen Abwechslung haben nehmen wir mal die Taktik hin und machen wir das hier schnell fertig ohne Feuer Pro Korb auf jeden Fall schützen der wird ja ausgeliehen nach Erzgebirge Aue so dann Spanien und dann sehen wir uns gleich wieder und ich hoffe ihr schaltet auch wieder rein wenn es heißt erster ging zweiter bis gleich schau